Ja, hier ist Achim Weidner aus Rüsselsheim am Main von der Media Lab Internetagentur, die sich seit mehreren Jahren mit den Fragen Datenschutz und Datensicherheit befasst. Und mich hat die Woche ein interessanter Anruf, ein Hilferuf erreicht eines Handwerkers, bei dem jetzt eine Prüfung bevorsteht, also nicht von der Aufsichtsbehörde, sondern wohl von der Kammer. Und die haben dort nachgefragt und angekündigt, da sie natürlich auch mal das Verzeichnis über die Verarbeitung personenbezogener Daten sich mal anschauen wollten. Natürlich können wir dort helfen und sind dabei jetzt ein Verzeichnis über die Verarbeitung personenbezogener Daten in diesem Handwerksbetrieb zu erstellen und wir werden natürlich auch rechtzeitig fertig. Das ist ein bisschen umfangreich. Wir machen das mit einem Telefoninterview. Dem Kunden haben wir einen umfangreichen Fragebogen zugeschickt. Und da das natürlich wahrscheinlich eine gewisser Weise routinemäßige Angelegenheit sein wird, können wir da auch sehr schnell professionell und hier aus Rüsselsheim am Main Hilfe anbieten und natürlich auch sicherstellen, dass diese Prüfung zumindest an der Datenschutzfrage nicht scheitern wird. Wer also auch Probleme hat oder noch einige Dinge in Fragen Datenschutz zur Regel hat, der kann sich gerne an die Media Lab Internet Agentur hier in Rüsselsheim am Main wenden. Wir haben natürlich auch Mandate in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und natürlich auch in Hessen. Das heißt, wir arbeiten in diesem Sinne bundesweit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.